schon da ja hallo hallo liebe freundinnen und freundinnen von begegnung mit böhmen ja ich war gerade noch draußen um mich ein bisschen umzuschauen um mir ausbruchswerkzeug und ähnliches zu beschaffen denn die neuesten ankündigungen von herrn präsident seman der von der burgwache und der altersschwäche bewacht in loni sitzt in seinem schlösschen die machen mir dann doch ein bisschen angst die neuesten verlagbarungen heißen ja dass tschechien jetzt für ein jahr sich abschließt und man überhaupt nicht mehr rein kann oder auch raus kann diese rigiden maßnahmen sollten ihn aber daran denken lassen dass es immer ein problem war menschen völlig auf längere zeit von einander abzuschließen das kann eigentlich zum gegenteil führen nämlich zu herausragenden leistungen in flucht oder in einbruchsversuchen da ist mir dann auch ein text eingefallen den ich immer sehr gerne und sehr oft lese nämlich ein text von otta philipp einem dieser grandiosen tschechischen autoren dieser tragik komischen humoristen bei denen man nie weiß ob man lachen oder weinen soll otta philipp stammt aus ostrau ostra war einer ganz verrückten ecke in nordmeeren wo die menschen eigentlich gar nicht wissen ob sie tschechisch deutsch oder polnisch sind jedenfalls hat er uns einen wunderbaren text überliefert nämlich die fluchtversuche des josef kettlub eines herrn der öfters mal versucht hat die sozialistische tschechoslowakei zu verlassen ja und diesen hochleistungssportler den möchte ich jetzt durch die folgende lesung ehren otta philipp weltrekord im hochweitsprung die fluchtversuche des josef kettlub ich beantrage hiermit eine offizielle eintragung in das buch der weltrekorde am 17 oktober 1975 um 0 uhr 31 ist josef kettlub mit einem selbst angefertigten stab aus leichtmetall 5 meter 90 hoch gesprungen wobei es ihm gelang eine entfernung von 17 metern und 7 zentimetern zu überwinden diese angaben sind von zwei glaubwürdigen offiziellen stellen bestätigt erstens von der tschechoslowakischen grenzpolizei des bezirks nikolzburg die den rekordspringer gleich nach seinem geglückten versuch verhaftete zweitens vom kreisgericht in znaim welches aufgrund von geländeskizzen und fotodokumentation dem springer für seine hervorragende leistung drei jahre schweren kerker zuerkannte zur vorgeschichte der einmaligen sportlichen leistung ist zu sagen vor seinem rekordsprung mit dem sich josef kettlub in die freiheit schleudern wollte hatte er schon fünfmal versucht die tschechoslowakei zu verlassen das erste mal ließ sich josef kettlub im amerischen gemüseanbaugebiet in einem auf einem nebengeleis abgestellten waggon mit blaukraut zuschütten das für den export bestimmt war es wurden damals zwei wagons für den export beladen kettlub erwischte den falschen nach drei tagen fahrt als der mit blaukraut aus meeren beladene waggon auf einem güterbahnhof abgestellt wurde hörte josef kettlub deutsche stimmen und schrie laut es lebe der freie westen bald leuchtete ihm auf wie schrecklich er sich geirrt hatte in der ddr verbrachte er dann zwei jahre im gefängnis leider bekam er nicht gelegenheit deutsch zu lernen oder wenigstens die unterschiede zwischen dem sächsischen und dem anderen deutsch zu erkennen dies wurde ihm in budapest bei seinem zweiten versuch die tschechoslowakei zu verlassen zum verhängnis im budapester thermalbad hielt kettlub ausschau nach deutsch sprechenden touristen denn er hatte es auf einen westdeutschen reisepass abgesehen mit dem er über jugoslawien den westen erreichen wollte der deutschen sprache nicht mächtig stahl josef kettlub aus seiner badetasche die er irrtümlicherweise für westliches eigentum hielt einen reisepass er fuhr dann auch gleich zur ungarisch jugoslawischen grenze und erlebte dort seine nächste grausame enttäuschung der pass den er ungarischen grenzpolizisten vorzeigte war in ostberlin ausgestellt die zwei jahre im gefängnis in pressburg bratislava verbrachte josef kettlub damit dass er deutsch lernte kaum aus dem gefängnis zurück wartete er auf hochwasser als der meerische fluss morava aus den ufern trat sprang er zehn kilometer vor der staatsgrenze in trübes wasser und ließ sich vom strom in die rettende donau tragen der starke strom schwemmte ihn jedoch gegen mitternacht unter einen mächtigen baum in dessen krone sich der erschöpfte schwimmer ein wenig erholen und wärmen wollte nicht sehen dass die baumkrone im überschwemmten gebiet bereits von drei tschechoslowakischen grenzsoldaten besetzt war die von dort nach feinden ausschau hielten josef kettlub hatte dann 16 monate zeit sich von den nächtlichen strapazen im kalten wasser der morava zu erholen und zwar im gefängnis der stadt brünn zum vierten mal versucht es josef kettlub über polen zwei jahre lang beobachtete er fremde schiffe im hafen von danzig er wollte nachts einen schwedischen frachter anschwimmen am abend dampften jedoch die schweden in richtung stockholm ab und an derselben stelle warf kurz nach 10 uhr ein sowjetischer frachter die anker um mitternacht war kettlub schon an bord versteckt nach drei tagen kroch er aus seinem versteck und da er vorher weder stockholm noch leningrad gesehen hatte glaubte er in der freiheit in stockholm zu sein zwei jahre lang lieber so dann zwei jahre lang blieb er so dann als unfreiwilliger gast in der sowjetunion im gefängnis bei sarskoje sielo nicht zu vergessen ist auch sein fluchtversuch im jahr 1968 in der zeit des prager frühlings damals steckte in justiz nicht wegen republikflucht sondern wegen tierquälerei für zwei monate ins gefängnis der stadt budweis im juni 1968 nämlich hatte josef versucht auf allen vieren an einer baracke der tschechoslowakischen grenzsoldaten vorbeizukriechen unter dem leuchter so sagte er sich ist es immer am finstersten und tatsächlich es war so finster dass er direkt in den hundezwinger hinein kroch der richter vor dem sich josef kettluck dann zu verantworten hatte gab ihm nur zwei monate interessant war die urteilsverkündung des klugen mannes im talar also wegen versuch der republikflucht werde ich sie jetzt nicht ins loch stecken sondern wegen tierquälerei und das war nämlich so als josef in den hundezwinger gekrochen kam bellten die tiere und stürzten sich auf ihn auf den mutmaßlichen flüchtling denn darauf waren sie adressiert josef hatte einen knüppel in der hand er zerschmetterte fünf hunden sechs vorderläufe und bis einem jungen schäferhund fasst die kehle durch der letzte fluchtversuch brachte josef kettluck zwar einen unbestreitbaren weltrekord im stab hoch weit sprung ein aber sonst nur pech der stab hochspringer landete auf dem dach eines grenzstreifen wagens der mit abgeschaltetem licht hinter dem stacheldraht stand der springer hatte mit der wucht des aufschlags nach einem 5 meter 90 hohen und 17 meter und 7 zentimeter langen sprung das zeltdach des fahrzeugs durchrissen und landete im schoß des kommandanten der mobilen streife oberleutnant antonin hirdlitschka 1981 aus dem gefängnis entlassen erforschte josef kettluck die kanalisation der stadt asch und dachte daran sich unter der grenze bis nach selb durchzuschaufeln dann versteckte er sich zwischen holz das tschechoslowakische lastwagen nach bayern fahren sollten doch wieder wurde nichts aus der flucht der laster kippte noch auf tschechischem gebiet auf vereister landstraße um josef kettluck brach sich die linke hand konnte sich jedoch unbemerkt von der unfallstelle entfernen und dann krankgeschrieben über weitere fluchtmöglichkeiten nachdenken der versuch kurz vor weihnachten 1981 gelang nach 14 jahren von denen josef kettluck acht im gefängnis verbracht hatte betrat er endlich das hoheitsgebiet eines freien staates wie er das schaffte soll ein geheimnis bleiben geschrieben im april 1982 ja also daraufhin denke ich muss man wieder einen heben inzwischen wird mein birnenschnaps durch die dauernden lesungen vorrat immer geringer also ich trinke jetzt auf diesen josef kettluck und vor allem hoffe ich immer noch auf seinen kanal zwischen selb und der stadt asch im tschechischen vielleicht kann ich den dann mal nützen wenn ich nach brünn möchte zu meiner blanca plani nastravi und warte nur ich komme bald ich suche diesen kanal dann komme ich rüber ciao